Sarah und Tim spielen Fußball. Ihr Hund Phipps würde sehr gerne mitspielen. Also spielen sie nun mit Phipps Fußball. Allerdings hatte sich Phipps das anders vorgestellt. Thomas und Josch spielen Tischtennis. Sie haben eine Tischtennisplatte und Tischtennisschläger. Die Katze Fred mag den fliegenden Ball. Die Bälle auf dem Boden sind ihr zu langweilig. Sven und Mark spielen Basketball. Sie hatten schon ein paar Treffer. Das Basketballspielen macht den beiden sehr viel Spaß. Vielleicht spielen sie ja bald in der NBA. Natürlich gibt es noch viel mehr Ballspiele. Anna spielt gerade Golf. Tom und Henry spielen Baseball. Peter und Silvia spielen Volleyball am Strand. Pete und Katrin spielen Tennis. Falls dir das Video gefallen hat, abonniere und like gerne meinen Kanal. Schau dir gerne noch weitere Videos auf meinem Kanal an. Du bist dann. Ciao. Vielen Dank.